Süße Baby-News beim Ex-Verlobten von Madeleine von Schweden. Jonas Bergström, der der Prinzessin einst das Herz gebrochen hat, wird wieder Vater. Seine große Liebe hat der Rechtsanwalt in Madeleines ehemaliger bester Freundin Stefanie gefunden. Das hat damals natürlich für viel Aufsehen gesorgt. Mittlerweile sind aber beide Ex-Partner seit Jahren glücklich verheiratet und Madeleine ist bereits dreifache Mama. Nun gibt es auch aus dem Hause Bergström wieder Nachwuchsneuigkeiten. Kind Nummer 3 ist unterwegs. Mit diesem Ultraschallbild verkündet Stefanie auf Instagram ihre Schwangerschaft. Man kann schon gut das niedliche Gesicht erkennen. Wir sehen uns im Sommer, schreibt die Modeunternehmerin zur Aufnahme und lässt mit dem Posting erahnen, dass sie wohl mindestens schon im sechsten Monat ist. Über die Baby-News freuen sich bestimmt auch die großen Geschwister riesig. 2014 und 2017 kommen Tochter Katinka und Sohn Sebastian auf die Welt. Die beiden Blondschöpfe sind echte Energiebündel und können ihren neuen Spielgefährten sicher kaum erwarten. Mit Madeleines Glückwünschen ist wohl nicht zu rechnen, denn angeblich haben die beiden Ex-Partner keinerlei Kontakt mehr zueinander. Trotzdem ist es schön zu sehen, dass nach der turbulenten Vorgeschichte sowohl die Prinzessin als auch Jonas Bergström nun ihr perfektes Glück gefunden haben. Es sollte wohl einfach so sein.